moin moin und hallo heute möchte ich euch gerne das was ihr hier seht das bedienfeld eures bauknecht herdes in meinem fall ist es ein esz 5 962 näher bringen was alles so hier funktionen in diesem bereich untergebracht sind wenn ihr also euren backofen habt das wird bestimmt ähnlich sein bei euren wenn ihr nicht den ersz 5 962 aber sehr ähnlich aufgebaut sollte es schon sein das heißt also selbst wenn ihr nicht den gleichen herd habt wie ich hier oder ofen dann wird es euch trotzdem weiterhelfen fangen wir erst mal was haben wir hier auf der linken seite ist der bedienkopf zur funktions auswahl da steht ein f für funktion drüber wenn wir diesen benutzen wollen dann drücken wir kurz rein und holen dann raus so jetzt gucken wir auf den knopf oben da ist ein strich das bedeutet dieses teil ist dann an oder ausgewählt wenn wir jetzt hier die null haben dann heißt das dass der backofen aus ist nun drehen wir den knopf nach rechts und kommen auf das nächste optionsmenü das ist also die innenbeleuchtung das heißt da geht eine lampe im inneren raum an das sehen wir ja hier da hinten ist die lampe die ist jetzt an aber nichts anderes ist gerade aktiv also einfach nur eine beleuchtung eures backofens gehen auf die nächste option guck mal das sieht so aus wie oben strich unten strich das ist die ober und unterhitze zum garen von fleisch fisch geflügel etc das heißt also das ist das meiste programm was ihr so benutzen werdet ihr hört auch hier drinnen das gebläse geht dann automatisch an jetzt gehen wir aber schon weiter auf die nächste funktion also ober und unterhitze ist eigentlich das was ja am meisten geht um etwas zu garen nun gehen wir auf die nächste option und hier kommt ein weiteres brummen dazu was ist das brummen das brummen ist heiß luft zum backen auf maximal zwei ebenen das heißt also hier wird es krossiger da drin dass das ventilateurchen geht damit an und lässt eure luft dann noch mehr und heißer zirkulieren die nächste option ist mit zacken drei zacken oben das bedeutet grillen grillen im backofen das ist was feines da könnt ihr zum beispiel hähnchen machen steaks schaschlik würstchen überbacken alles mögliche also hier ist die grillfunktion eures backofens angezeichnet durch drei dreiecke auf der oberen seite wenn wir jetzt weiter drehen kommen wir grillen plus gebläse das heißt also wir haben oben die drei zacken und wir haben den ventilator als abbildung das heißt diese funktion eignet sich besonders zum garen von großen fleisch oder rostbraten zum beispiel weiter geht's hier kommt nur der ventilator das heißt das funktionchen eigentlich sollte hier unten noch so ein tröpfchen sein das ist die auftaufunktion da könnt ihr die lebensmittel bei zimmertemperatur auftauen lassen und das ist einfach schonender dass sie auftauen aber davon rate ich natürlich ab weil jederzeit verbraucht dieses gerät dann strom lieber raus stellen paar stunden ein planen und dann funktioniert das auch kommen wir zur nächsten einstellung das hier ist was sehen wir denn da wir sehen ein gebläse oben unten strich drunter das ist die quadro heißluft plus unterhitze das sehen wir an dem strich da unten und an dem ventilator das heißt zum garen auf einer einschubhöhe zum beispiel obst kuchen aufläufe etc das heißt also hier haben wir von unten hitze und durch die ventilation wird die hitze dann sehr gut verteilt kommen wir zum nächsten auswahl freund das hier ist ein ventilator mit kreis drumherum das heißt also das ist quadro heißluft quadro heißt vier zum garen auf mehreren einschuben ohne vorheizen könnte das direkt also ihr könnt eigentlich immer alles ohne vorheizen machen ihr zieht einfach ein bisschen von der garzeit hinten ab dann oder addiert es dann weil es am anfang ja nicht so heiß ist aber das müsst müsst ihr euch ran tasten nächste funktion das ist nur die unterhitze weil das seht ihr daran dass der strich unten ist also zum fertig backen zum beispiel von obstkuchen oder käsekuchen oben sozusagen ist er schon fertig schon fast braun aber innen drin ist er noch nicht fertig dann könnt ihr diese funktion hier verwenden mit dem strich unten denn das bedeutet wir haben nur von unten hitze die dann nach oben steigt also perfekt so für einen kuchen von innen noch mal richtig schulen durch zu garen und dann kommen wir wieder bei der null an so jetzt stellen wir mal hier drüben ober unterhitze ein und jetzt kommen wir zum zweiten thermostat bedienknopf das heißt wenn ihr hier etwas auswählt dann müsst ihr hier natürlich auch die temperatur wählen dazu drückte hier drauf und ihr seht die temperatur die jetzt eingestellt werden kann habt ihr das klicken und das licht ihr gesehen das geht nämlich an wenn er heizt okay das heißt hier seht ihr dass er noch am vor glühen ist ihr seht wenn ich das bis 250 durchziehe in das 250 grad celsius ober unterhitze das gleiche gilt natürlich für die ganzen anderen optionen die wir gerade durchgegangen sind so also hier ist einfach nur die temperatur die ihr gerne im inneren des backofens haben wollt so jetzt können wir das hier wieder zu machen und ausmachen wenn wir jetzt fertig sind können wir beides zurückschieben also hier funktion hier die temperaturauswahl kommen wir zum nächsten bereich das ist dieses hier hier haben wir ganz viele drucktasten zur programmierung und hier gibt es diverse auswahl möglichkeiten wir haben zur auswahl zum beispiel eine zeitschaltuhr oder eher satten weckerlinchen zeitschaltuhr die uhrzeit selber handbetrieb plus und minus so das heißt also wenn wir die uhrzeit einstellen wollen drücken wir diese beiden tasten rein dann blinkt es in der mitte und wir können mit hoch und runter auswählen welche zeit wir gerne hätten so hoch und runter blinken in der mitte dann einfach loslassen bis das wieder aufhört zu blinken dann wissen wir dass es ja wirklich so eingestellt worden ist so was wir jetzt haben wir könnten da drauf drücken dann gehen wir immer in den manuellen modus zurück das heißt also die erste knopf ist die schalt die zeitschaltuhr mit druckwahlknopf für das akustische signal der zweite ist der druckwahlknopf für die garzeitdauer der dritte knopf ist wie die druckwahlknopf für die das garzeitende das ist der druckwahlknopf für die funktion manuelles kochen also da könnt ihr ganz immer darauf klicken manuelles kochen ist aktiv denn das ist auch die aktuelle manuelle einstellung die wir hier sehen und dann haben wir hier noch die druckknopf zum einstellen oder ändern von daten plus und minus wenn ihr also jetzt die einzelnen sachen benutzt das ist halt ihr geht immer wieder auf manuell nichts geschieht wenn ihr jetzt gerne ein akustisches signal haben wollt das heißt also die erste hier ist dann die zeitschaltuhr mit akustischem signal hier drückt ihr einmal drauf und drückt dann hier an wie viel oder wie viele minuten ihr den timer stellen wollt das heißt also zwischen 1 und ganz viel könnt ihr da einstellen und wenn ihr das eingestellt hat haben wir hier unten eine glocke abgebildet das heißt jetzt in einer minute wird ein akustisches signal vom backofen und sagen hey deine zeitschaltuhr ist abgelaufen hier es ist zeit zum ernten also als beispiel ihr habt etwas auf der flamme oben oder im backofen unten drin drückt einmal hier drauf macht den wecker hier macht eier auf dem seranfeld hier einmal drauf drücken zeitschaltuhr auf sechs minuten eier blubbern nach sechs minuten macht der backofen dann ausschalten eier vom hof oder eier vom backofen nehmen vom seranfeld runter und dann habt ihr die eier mit zeitschaltuhr und akustischem signal information fertig gegart und könnt sie danach verschmakulieren jetzt sollte langsam mal die minute vorbei sein oder warum bietet das nicht was soll das denn hier okay ihr hört wie es piept und der wecker ist am auf und nieder gehen das heißt wir wissen jetzt wo wir unser braten ist fertig unser eier sind fertig um das ding wieder auszukriegen drückt ihr noch einmal hier drauf so jetzt ist er aus mal wieder ein handbetrieb zurück und das ist immer wieder handbetrieb ist sozusagen das hauptmenü jetzt programmieren der garzeit das ist der nächste reiter hier das heißt also hier können wir jetzt die garzeit programmieren ihr drückt da drauf und dann drückt ihr hier drüben die garzeit die anliegt hier seht ihr auto blinken und jetzt machen wir fünf minuten das geht natürlich viel höher könnt ihr das einstellen und jetzt wird dann die garzeit in fünf minuten ausmachen mit einem auch mit einem akustischen signal bis ihr sozusagen dann auch hier wieder auf null gedreht habt und also jetzt als beispiel wir machen uns nur wir den dinge an dann die garzeit zehn minuten und jetzt würde in zehn minuten würde dann die den denen der ofen et cetera ein akustisches signal geben und würde auch den backofen automatisch ausschalten okay also man dreht das thermostat bedient fällt man auf die gewünschte temperatur und der ofen trifft sofort in funktion das akustische signal am ende der garzeit wird dann natürlich auch bieten und die garzeit oder der backofen wird dann ausgeschaltet dass er nicht weiter brutzelt das heißt also wenn ihr was haben wir denn was lang braucht pull pork zum beispiel unten drin macht dann schaltet die ja die gewünschten optionen ein macht hier zwei drei stunden hin und dann wird der backofen nach zwei drei stunden dann automatisch ausgehen um die garzeit zu kontrollieren wie lang es noch rum brutzelt das sieht man ja hier nicht weil wir haben ja jetzt gerade auf automatik stehen und wir haben hier die normale uhrzeit stehen das heißt also hier gedrückt auf zwei und sehen gucken eine minute schon vorbei jetzt noch neun minuten jetzt kann man sie natürlich durch das drücken auch wieder verändern jetzt sind so nach acht minuten habe gerade gesehen eine minute ist auf der uhr hochgegangen eine minute ist auf unsere garzeit tour runtergegangen gut das ist also dies der geht dann automatisch aus nach den eingegebenen minuten so jetzt machen wir lieber handbetrieb zurück hier ist wieder dann auf null handbetrieb macht immer ein reset hier drehen wir alles wieder so wie es sein soll also aus und jetzt geht es natürlich auch noch die die programmierung von das hatten wir das hatten wir und jetzt haben wir noch das hier das ist dann auch ein automatik modus die wir hier auswählen können und das sollte ja dann logischerweise die garzeit ende sein zack ihr habt gerade gehört es geht automatisch aus wenn ich diesen die automatik rein gehe und alles der backofen geht nämlich dann automatisch zu dieser uhrzeit dann aus so also wir haben diese sachen garzeit dauer also erstmal garzeit dauer garzeit ende haben wir hier manuellen funktion up and down akustisches signal das heißt also der timer hier die garzeit dauer hier garzeit ende okay also hier könnt ihr ausstellen einfach eine eieruhr hier haben wir einen eine garzeit dauer und das heißt der informiert uns dann darüber hier macht er sogar dann aus und hier ist der manuelle betrieb dann aktiv gehen wir weiter wir haben natürlich noch mehr hier versenkbare bedienknöpfe auf der rechten seite ihr habt ja vier zerarmfelder das heißt also diese könnt ihr hier drüber steuern okay rausholen wir machen jetzt mal mehrere auf einmal so jetzt sind diese freunde aktiv heizen aber noch nicht nur ihr seht alles ist aus pardon hier seht ihr welche platte ausgewählt ist das heißt also hier ist der schwarze punkt bedeutet rechts vorne hier ist der schwarze punkt oben rechts das heißt dort hinten hier ist der schwarze punkt links hinten das heißt dort hinten und hier ist der schwarze punkt links unten vorne hier und dann gibt es dort auch diverse knöpfe die wir bedienen können wir haben hier jetzt also die möglichkeit verschiedene sachen einzustellen ich mache es mal hier in dem rechten das ist die schmelzstufe die schmelzstufe erstmal hier geben licht an leider ist bei mir der dippel da oben ab das heißt also ihr seht hier nur das led am lampen am leuchten das ist die schmelzstufe zum aufgehen von nudelteig aufweichen von gefrorener butter warm halten milch trinkflasche etc schmelzen das kann jede platte wie ihr seht wenn wir jetzt hier drüber fassen euro für bücher warm aber nicht heiß auf dem seran feld seht ihr immer auch die info wo wärme gerade abgegeben wird das ist hier die anderen sind aus so das ist also jetzt die schmelzfunktion danach geht es weiter mit 123456789 10 das ist also hier seht ihr jetzt wird gepowered volle pulle volle pulle aus ist die null so das gleiche haben wir hier an der platte das sind also die einmaligen normalen platten die nur die schmelzfunktionen on board haben und die normalen heißwerte funktionen diese beiden hier drüben haben wir mehrere felder das heißt hier sollten wir noch eine weitere option haben die seht ihr dort so das heißt ich werde jetzt mal hier schmelzfunktion 1 2 3 4 5 6 7 jetzt gucken wir mal was passiert links oben geht diese platte hier an nur die da die da ist aus diese extra platte können wir aktivieren jetzt mal auf null indem wir hier nach links drehen momentchen warten und dann können wir diese mit aktivieren und jetzt gehen beide an seht ihr da wird es auch rot und es heißt da seht ihr es ganz gut so kriegt ihr also auch die zweite platte an um die wieder aus zu machen hier wieder drauf auf die null und dann können wir wieder ganz normal und eine runde gehen und hier geht wieder nur die kleine an das gleiche prozedere können wir natürlich auch in der großen platte vollziehen hier das ist die hier da gilt erstmal nur der kleine bereich wir machen auf vier als beispiel und sehen da geht die mitte an hier dieser bereich wird heiß und auch rot jetzt gehen wir hierhin und machen die große platte an moment warten und dann zack jetzt wird auch der äußeren ring heiß werden ja das seht ihr ne um das wieder dann aus zu machen auf die null zurück so es gibt manchmal noch mehr funktionen in eurem backofen bei der ceran feuerung zum beispiel ist da so ein kessel drauf mit drei strichen das ist dann die turbo stufe oder so ein größer als zeichen ist drauf das wäre dann die icp ankochstufe dann gibt es noch gekriekelte zeichen dass wir zum beispiel die warmhalte funktion aber das hat mein gerät halt hier nicht deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen so damit haben wir jetzt mal hier alle bedien sachen durch die es so gibt ihr müsst natürlich dann öffnen könnt dann hier drinnen eure leckereien drauf machen wenn ihr ausziehbare habt dann könnt ihr die mit ausziehen fettpfanne unten drunter immer backpapier drauf und dann immer wieder zuschließen wenn ihr mal ersatzteile braucht für euren backofen schaut hier in die seite dort ist nämlich immer die typisierung das modell und die eher endcodes von eurem gerät darüber bekommt ihr gut und einfach ersatzteile für euer bauknecht hertchen so dann sage ich hoffe kommt euch weiterhelfen ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zu und zu